So, wir gucken uns also ein bisschen um. Es ist jetzt nicht... Es ist aber nicht so ein Gedöns jetzt, dass man hier... Ähm... ...sie die Mission suchen muss. Brücke verriegeln. Commander, klar zum Sprung. Kurs ist gesetzt. Ach so. Wir können auf Ihren Befehl springen, Sir. Dann spring mal los, Sir. All right. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Ja. Okay. Abmarsch! Ich habe Tigris, Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Tigris? Captain, die Tigris springt außerhalb des Einlandsgebietes ein. Hier ist die Renda. Halten wir die Position, bis ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Ordner in Befehl. Absprung. Brücke unser Haar bereit. Sprung in drei, zwei, eins, zwei. TPU-Feuer im Rückensicht und drei. Status. Positionsgenauigkeit bei 0,97. Höllen Integrität unter Normal. Aha. Schaffen wir es, Gater? Ich bringe uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Oh Mann. Drei, zwei, eins. Scheint der normal zu sein, ne? Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Sie haben den Rückergäter. Ja, den gehen wir mal. Also bis jetzt muss ich sagen, ist das von der Story her eher nicht so toll. Es ist schön mal was anderes zu sehen, aber es ist halt... Es ist kein Siegutimia für mich. Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Hallo. Hallo. Na? Huhu. Wer haut hier ab? Da rein? Da rein? Hallo. Da rein? Ja, nein. Dass man den nicht anschnacken kann, ist blöd, oder? Die Drehs, siehst du kaum? Ist ja geil. Hier bin ich. Egal. Äh, okay. Bin ich der? Ist das eine Volk-Red? Energiewaffe. Ich habe den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Ausdrucken? Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Ach, du Scheiße. Dann werden Sie eine Energiewaffe brauchen. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Ich habe auch ein paar Aufsätze da. Wollen Sie was Bestimmtes? Nein, ich möchte einfach nur das nehmen, was ich jetzt brauche. Jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Natürlich. Und das ist das, was ich so nervig daran finde. Was soll man mit Hackbots und Energiewaffen und hast du nicht gesehen, Gesülze? Das ist doch blöd, sowas. Das ist sehr nervig, viel zu kompliziert. Und hat in einem COD meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das kann man in irgendwelche Weltrundballereien reinbauen, ja. Wir müssen Ihnen entgegenwirken, Reyes. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgang. In der Unterzahl aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, ohne Hand zum Tiefdeck. Wiederhole, ohne Hand zum Tiefdeck. Hi. Ach, die wieder. Commander. So wollten wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge all deinen Frieden rufen. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Berg. Wie riesig ist denn das Ding hier? Corporal Brooks wird Sie eindeutigen. Oh, schön, die kleinen Details hier eben noch lockt, jetzt anlockt. Sie werden Schubrüstungen benötigen. Danke für die Warnung, Corporal. Bleibt gut so. Wer schiebt mich hin da? Ich mach nix. Hier ist der First Lieutenant. Alle für Tiefdeckoperation bereit machen. Ach, Schubausrüstung hat er gesagt. Sehen wir da in so ein Extroskelet hinein. Oh, sie ist beruhigend. Sehr hochhopsen kannst du hier aber nicht. Da bist du gleich an der Decke. Boing. Ja, ja. Quatsch nicht. Alter, Autofahren, Weltraumjets fliegen. Und der hier. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Käpt'ns. Und das heißt Bord. Nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir. Ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bord, bevor ich ihm Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan. Nein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Käpt'n. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir. Festhalten. Ja, Ma'am. Einsteigen! Ah, ich muss nicht fahren. Ich kann, ich brauche nur... Das hat so ein bisschen was von der Quatsch-Safari in Serien geht, die Parkets. Auf die Hards achten. Bereit sein oder tot sein. Staff Sergeant. Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. Eins und zwei. Unser primäres Ziel. Rückeroberung des Portals. Muss ich mir den Scheiß jetzt merken? Muss ich mir das merken, alles? Oder will das im Laufe des Spiels nochmal gesagt? Ich kann mir so schlecht Sachen merken. Ach, mach's nicht auf. Jetzt kommt das Stroh raus. Geh los. Achtung. Bestätigt. Stehen unter Beschosser. Wir müssen handeln. Das Tiefdeck öffnen. Achtung, es geht los. Alles klar, geht allein los. Allt, auf dir. Weile, 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 weile. Autsch. Wir sind doch jetzt fahr... fliegende Fahrt. Irgendwas. Es ist so schön, dass ich nur noch festhalten muss. Hallo. Das muss ich schießen. Achtung. Ach Gott. Hier fliegen die Kisten tief. Das gibt schlechtes Wetter. Wir sind gelandet. Bitte steigen Sie jetzt so aus. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Notfallluftschleuse auf. Unser Zugangspunkt. Gehen wir rein. Ach, da hast du auch noch so eine Scheiß. Ach, nee, ey. Voll in Zeitlupe jetzt. Das ist so nervig, ey. Das ist so nervig, ey. Ja, Masken ab. Stroh ist weg. Ausflücken. 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 Achso. Ich muss da drücken. Mal wieder. Ach, das ist mir wieder. Achso. Dies hat die zu gucken drücken. Hallo. Achso. Mal zu Hause. Achso. Exekutiert. Hier ist der öffentliche Gefangene. Hier ist alles blockiert. Kann durchkommen. So. Achso. Aber kann auch fliegen. Also schweben. Whatever. Achso. Achso. Zumindest gibt es keine Feinde. Hier gibt es auch Feinde. Angreifen oder doch? Mehrer scheiß Granaten hier. Sind ja gerade die Tür zugegangen. Über diese Wand kommen wir rüber. Achtung, das Terminal ist gesperrt. Bitte lassen Sie sofort den Terminal. Es wird eine scheiße Katze bei Prince of Persia machen. Oder von mir aus auch Assassin's Creed. Aber doch nicht in so einem Spiel hier. Nicht wie him. Man merkt richtig, dass das so viel Konsolen los ist. Wegen Pad-Steuerung mit Tastatur und sowas. Und so halten Sie alle aus. Nein! Sie schießen auf Zivilisten. Erdgeschoss. Schön, dass man hier so viel Deckung hat. Einfach mal reinspringen jetzt. Das ist doch so fun. Kamikaze. Oh, da kann ich es auch. Sehr gut. Dann halt eben so. Okay. Okay. So immer nicht. Ja, 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 ja. Klappt also nicht wirklich. Ich hab da Tomaten so so auf dem Display. Also kam die Katze, kannst du hier nicht machen, kannst du knicken. Okay. Dann halt eben ein bisschen vorsichtiger. Geh auf. Dieses Rutschen ist auch näher als ich so. 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 So, so. 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 zum Beispiel mir okay, die darf ich nicht erschießen so sind die Roboterdinger hier im Westen und dann brauchen die 800 Schuss damit die umfallen nicht schon wieder Granaten hier alter du Kollege, der ist aber ganz gewaltig da tun wir was zum Beispiel ist halt einigermaßen angezeigt, wer da fein ist ach so, Entschuldigung war keine Absicht glaube ich die dreht voll gut, ich fahre mal die anschießt der Wahnsinn die brauchen aber auch wir brauchen echt sehr viele Treffer, damit die mal umfallen irgendwann der ist doch Feinde das ist eine Militionskiste dann halt wieder zurück, wa ich würde hier ungern da unten rumstehen ich würde hier ungern da unten rumstehen meine Kasse das ist echt sehr nervig, dass so einige auch einfach von hinten treffen da fallen die eher um links, das ist nämlich auch mal rechts Kollege wenig Munition hoch kommst du auch nicht doch wie wärst du mal mit der Militionskiste Kollegen das ist aber echt sehr nervig, dass die echt so 6 Milliarden Schussbauer mit dem Bombenfall irgendwann dann hast du Roboter und Richtige und halbrichtige und hast dich dabei alter der Böller in der Schmied auf mich da weißt du teilweise echt nicht auf wen du ballern sollst also zumindest nicht wenn du keine Farben gucken kannst dann ist das echt sehr schwierig dann krabbel den auf dem Boden weiter wie krank ist das denn Alter du brauchst ja auch mal ein halbes Magazin in die Weg zu schießen äh der zappelt ihr wieder voll bekloppt Da kannst du bestimmt gut schlafen, naja, wunderbar Zumindest kann man hier ordentliche Motionen sammeln Und, 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 und Hier kann man den Link halt machen So Wie hat der los, so Der rennt sich so platt Okay Wie macht man den kaputt Ist er jetzt weg Okay, er kommt wieder Dann Ist das der richtige Bellermann? Ja oder? dass er gleich wieder losrennen wie die Kampenacht der mag doch nicht so, weil er auch geschießt das hier so ist wie ein Kackgegner ich dachte ja das hat nix mehr mit Theo Leads und überhaupt nix mehr oh der dreht sich um, der mag mich nicht wen, weg? voll in die Eier geschossen das mochte er nicht das ist richtig nein die will ich nicht geile Scheiße wenn ich den Stoff muss jetzt noch drücken damit du das dann auch noch hast oh ist klar achso ich muss auch noch drücken wie immer da ist noch Party dahinter wo hab ich schon wieder so ein Kackding sagt er das macht er nicht das macht er überhaupt nicht und dann wird er lustig und dann rennt er los und dann rennt er durch sich durch so zu sagen muss man den wieder in die Eier schießen vielleicht das macht er nicht das macht er nicht das macht er nicht ok meine Fresse ok nicht lustig hier noch voll die monstermäßige Super Action man schießt 10 Billiarden Kugeln ab und hier ist nicht ein Einschussloch natürlich nicht das sind Zauberwände ahja hier drüben Feinde kommen ja natürlich Feinde geile Wolter wackelt doch nicht so wackelt doch nicht so erstmal was sehen hier ok hab auch's gesehen ich ziehe mit ihr scheiß Granaden dann brauchst du echt sehr viel Munition kann ich räuchern und nicht zum räuchern hier du er ist tief wie tief ist auch tief wackelt auch aus warum brauchst du die Deckung das ist doch keiner mehr sie culinary das fliegt hier Palm haben wir das eben 26 bis ähm ähm das ist okay dazu bye bye au ich habe einen Riss im Helm und keine Maske und ich habe kein Stroh ach jetzt aber lauf doch mal hier vor ist lauf lauf alter hier geht aber und ich kann nur laufen ich kann einfach nur auf perfekte Scheiße laufen und die laufen mir weg die laufen mir weg warte doch auf mich hallo ja boah kennt ihr das weil das so spannend ist dass sie selbst auch die Luft anhaltet sind alle unversehrt alles bestens und du volle Kraft Sir die Erde steckte Schwierigkeiten wenn wir den Prachthafen nicht zurückerobern können zwei Großkampfschiffe diesen Luftraum halten Sir negativ sie brauchen Luftunterstützung eins nach dem anderen ich habe keinen Bock auf Lust auf Lust Luftunterstützung meine Fresse bravo Team Alfa ist auf der Nordseite des Hangars wie lautet Ihr Status das habe ich gerade verpeilt wo ein Safe Point war ach da kannst du nicht durch das ist ein Washingtonrad Zone dann halt hier so da so rein hier so ah Waffenkammer hört sich gut an also aha da ach das ist nur meinst hier Schrotflinden und LMGs Schrotflinden euer Ernst jetzt diese Schockgranaten sind sehr effektiv gegen Bots halten Sie die Bitte von mir fernster hier ist auch ein Verbesserungsterminal ach hättest du ne ich hab kein bock auf Verbesserung das ist das hat in so ein Singleplayer Dings nichts zu suchen ne wir brauchen beides Rays ja das ist toll Granaten da können wir ja praktisch ähm die Mission gleich starten will ich mal fast brauchen Rotflinte und LMG wir brauchen beides Rays ja hole ich gleich keine Panik